Willkommen zu der Epic Build hier. Wer ist denn, hinter dir oder was? Ja. Okay, du wirst nochmal, ich muss... Was? Junge, was war das für nichts? Der war gar nicht an mir dran, nee. Der ist ja eh zu tot einfach. Ja, der war halt nicht andersweise an mir dran bei mir. Ein Hütte und ich bin frei, nein. Ich bin jetzt schon tot, hab jetzt schon die Runde verloren. Echt jetzt? Der Tag ging nicht, finde ich cool. Ja, verkackt. Weil der was scheiße ist, alter. Geh weg, Motte. Geh weg. Und da? Ich hab ihn, get like blendet. Renn. Er will mich eh haben. Mach dir nicht so, nicht so Sorgen darum. Er will ihn eh mich haben. Ich bin tot, ich bin tot. Oh Gott, ich werde so fett gemowillt gleich. Ich kann eventuell aufstehen wegen Nomizer. Ja. Oder kann ich nicht zarten wegen... Ah, komm dich morgen, glaub ich. Nee, ne, ne, okay, du kannst aufstehen. Das ist gut. Ja, das ist, äh, ich muss noch. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich werde auch noch ein bisschen Glück zu werden. Oh, ne. Oh, ne. Das wird eng. Komm. 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 Nicht viel. Viel. Nicht viel. Nein. Nein. Millimeter. Ja, bin dead. Ey, William, bist doch dumm, ne? Warte, ich bin da. Ich nehme 18 Million Hits für dich. Nein, das lohnt sich doch nicht. Ich nehme 18 Million Hits. Du wirst gemowillt. Ich nehme 18 Million Hits. Also ich bin noch nicht- ich bin noch nicht death-hook, ne? Got you, William. ...lol, der hatte D-Strike oder ... Nee, ich hab mich... ich war für William da. Ich bin für mein William da. ombOMG,viel gebeamt, Alter. Ach man, mein Internet auch. Wenn man bedenkt, ich wäre mit nem normalen Internet noch ganz Riclines gewesen. Danke lord tit? ist dann hier schon ja ich das kotzen oder hat dass er den letzten spieler er will mich halt so so haben ja ich hasse es in der vodafone so ein müll würde ich jetzt gemeint ja und er hat einen maui abkriegen er will mich halt um mich haus haben er kennt mich halt ab schockt die ganze zeit hin und so er hat ja auch morgen können kommt schon william bitte wollen haben wollen ja steht vor mir das bedroht das bedroht das bedroht und er will mich haben alter william william bitte william william nein ich bin tot will die märkte hin müssen ich bin locker hier ja ich kann aufstehen noch wenn er lang genug abgelenkt ist oh ich lehne noch du hast mich so gesaved er will mich so sehr er will mich so haben der hasse mich der hasse mich der hasse mich ja zur not kann ich einfach aufstehen ne also erinnernst du mich ja und william konnte mich sowieso retten du hast mich so gesaved und jetzt geht er tatet oh fuck aber nein hier ist kein Congress oder sowas komm hier die palette Und die Pellet . Ja, 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 ja. Das war mir so f***ing gefällig. No matter of an OP einfach. Oh f***, das war ne Fake Pellet. Junge. Naja, es bleibt mein... nein, ich will dir. Nein, nicht schon wieder. Schon wieder. Will kein Beef. Ist ja bei dir oder was? Ja, ist er, aber ich kann locker gehen. Warte, geh lockere ein. Alles gut, jetzt weg, kommjag. Ich nutze die Zeit um Snap out of it zu machen. was soll ich sonst machen die stemmen lassen ja wahrscheinlich ja naja der trend ist ich wollte gerade ich sehe null immer dass ich hatte es mit dem das war dann wo ist tatsächlich ja